Hallo! 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 Wo soll's hingehen? Zur Uni, bitte. Zur Universität? Ah! Willkommen im Quiz-Taxi. Nein! Geil! Ihr kennt das Mädels? Ja, schon mal gesehen. Ja, super. Dann kennt ihr die Regeln? Ja, so grob. Handys habt ihr am Start, ist euer Handy-Joker. Passanten-Joker habt ihr auch. Rest klären wir während der Fahrt. Ich drück die Daumen. Toi, toi, toi. 3,5 Kilometer bis zum Ziel. Andere Antwort hätte mich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Auf geht's, hier kommt die erste Frage für euch. Welche Wurst ist sprichwörtlich beleidigt? Leberwurst. Na sicher, 50 Euro. Welche Farbe hat die Mütze von Papa Schlumpf? Rot, bitte. Äh, bitte laut. Ich will was hören von euch. Rot. Rot. Na sicher. 100 Euro sind auf eurem Konto. Und dann achtet mal bitte auf den Monitor. In welchem Land steht die sogenannte Große Mauer? China! Na, wo soll sie sonst stehen? 50 Euro auf die Uhr, damit habt ihr 150 und ab jetzt ist jede richtige Antwort 100 Euro wert. Ist ja gut, ey. Das sind ja schon für jeden von euch 50 Euro. 2,9 Kilometer bis zum Ziel. Dann hört mal gut zu, bitte. Ja. Hallo mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die Einzige für mich. Die anderen find ich alle doof. Deswegen mach ich hier den Hof. Willst du anders, ganz speziell. Ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin. Weil ich so verliebt in dich bin. Gleich wird es dunkel, gleich ist es nackt. Das ist ein Wort der Warnung angebracht. Männer sind Schweine. Sehen Sie die 1. Refrainstrophe dieses Ärzte-Klassikers. Ihr habt es ja schwach gemacht. Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind. Sie wollen alle nur das eine. Weil die Männer nun mal so sind. Männer. Das war doch klasse. Das gibt 100 Euro Euro. 250 Euro, sehr schön. Das ist eure Hymne scheinbar. Was für ein Wasserfahrzeug war das 1. Atomgetriebene Schiff der Welt? Was für ein Wasserfahrzeug war das 1. Atomgetriebene Schiff der Welt? Oh mein Gott. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß das jemand? Ein U-Boot? Ein U-Boot, oder? Ja, was anderes. Ich würde jetzt U-Boot sagen. Aber sagen wir einfach U-Boot ohne jemanden anzurufen. Ich weiß es. Ich wüsste jetzt nicht, wer das wissen könnte. Wenn es so einfach ist, dann würde ich sagen U-Boot. Dann sagen wir. Oh Gott. Sagen wir. U-Boot. Richtig. U-Boot. 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 350 Euro. U-Boot. 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 Welcher ist der größte Speisefisch? Speisefisch. Thunfisch? Der Thunfisch. Moment, Moment, Moment. Ich kenne mich mit Fischen gar nicht aus. Ich habe was gegen Fische. Und wirkliches Problem gegen Fische. Egal. Ist der noch größer als ein Thunfisch? Wollt ihr den Joker nehmen? Ihr könnt anrufen, alle drei. Dann habt ihr irgendwo drei Meinungen. Ja, dann rufen wir ihn an. Ja, okay. Oh Gott, ich habe mich jetzt hier auf meine Tasche festgeschnallt. Los, 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 los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt hier in Deutschland oder generell? Was ist der größte Speisefisch, den man essen kann? Mama, ich bin's. Hallo, wir sitzen gerade im Quiztaxi. Und was ist der größte Speisefisch, den man essen kann? Ich bin's. Pass auf, ich habe eine Frage. Ich sitze im Quiztaxi. Und was ist der größte Speisefisch, den man essen kann? Thunfisch oder Hei? Thunfisch? Der ist groß. Was würdest du sagen? So, die Zeit läuft. Schnell. Alles klar. Thunfisch. Schweinefisch. Schweinefisch. Thunfisch. 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 Sagt ihr? 450 Euro. Ja, scheiße. Schocker verdauen. Ja, aber wir haben 450. Super. Die werden bis zu 800 Kilo schwer. 6 bis 800 Kilo. Meine Mutter hat mir direkt geantwortet. Und sie dann irgendwann mal so, äh, Thunfisch oder Hai. Aber warum rockst du? Okay. Die wird in der Chemie die tabellarische Anordnung der Elemente genannt. Tabellarische? Wie nennt sich denn diese Tabelle da? Die Tabelle nennt sich Periodensystem. Das Periodensystem? Ja, Periodensystem. Sind wir sicher? Was anderes fällt mir nicht ein. Nee, das ist der einzige Tabellarische Anordnung. Kein Joke. Ihr nehmt das? Periodensystem. 500 Punkte. Ja. Wie heißt der größte lilafarbene Teletubby? Po ist der rote. Ja. Es gibt Dipsy und ich meine, Dipsy wäre gelb. Also ist Lala. Ich glaube auch Lala. Es gibt auch noch Tinky Winky. Es gibt vier? Gibt es nicht nur drei? Ich gucke gar nicht. Es gibt Lala, Dipsy, Tinky Winky und Po. Und Po ist rot. Es gibt mir zu denken, dass ihr das so gut könnt. Na gut. Ich würde sagen, es ist Lala. Lala? Ja. Weil ich glaube, ja. Es gibt Lala, Dipsy, Tinky Winky und Po. Ja, Lala könnt ja noch, Lila, Lala könnt ja noch irgendwo. Lala ohne Joker. Und ich brauche eine Antwort. Lala. 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 Richtig. Erste Leben weg. Tinky Winky wäre es gewesen. Ihr seid schlecht. Welcher Roman von Harriet Beecher Stowey thematisiert die Sklaverei? Fett. Ich kenne wieder Dot Islander. Beecher Stow und Sklaverei. Welcher Roman? Keine Ahnung. Hier ist ein älterer Herr. Wollt ihr den fragen? Ja. Wie hieß die? Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Hallo. Kommen Sie mal. Kommen. Bitte, bitte. Sie sind unser Joker beim Quiztaxi. Und wir haben eine Frage. Und zwar gibt es einen Roman von Henry. Harriet Beecher Stowey. Und die hat was über die Sklaverei geschrieben. Wissen Sie, was das war? Welches Buch heißt? Welches Buch? Welches Buch? Welches Buch über Sklaverei? Ist ein Roman. Roman. Oh, dann ist es, ähm, ja, äh, Onkel Tom's Hütte. Okay, das nehmen wir einfach mal. Wir wissen es auch nicht. Onkel Tom's Hütte ist richtig. Ah! 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 Sehr geil! In welcher Gradeinheit werden in den USA die Temperaturen bei den Fernsehnachrichten angegeben? Ich glaube mit Fahren. 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 Sind wir uns sicher? Ja. Sicher? Sind wir uns sicher? Ja. Ja, ja. Das sind 750 Euro. 900 Meter bis zum Ziel. Welcher Produzent und Rapper gründete 1993 mit Thomas Hofmann das Rödelheim-Hartreim-Projekt? Ähm. Ähm. Moses P. Moses Pelham. Pelham. Moses P. Pelham. Ja. Ja. Das ist unsere Antwort. Aber es war Moses Pelham. Ah! 900 Euro. Ah geil! Wir haben 900 Euro. Okay. Keine Ahnung. Welcher Verein errang nach Bayern München die meisten deutschen Meistertitel seit Gründung der Fußball-Bundesliga? Was wüsste ich jetzt sagen? Das weiß mein Vater. Ja, aber der Telefon-Joker ist ja nicht mehr da. Okay, nach Bayern München, wer könnte das denn sein? Nach Bayern München, also wer ist noch relativ so... Wir können den FC, würde ich jetzt mal spontan sagen. Nee, nicht. Möchtest du FC Köln? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie du da raufkommst. Ähm. Schalke? Ist Schalke so gut? Dortmund? Dortmund ist auch gut, aber jetzt nicht mehr halt. Ja gut, nicht mehr, aber nach Bayern München, Dortmund, Werder Bremen auch nicht. Werder Bremen? Werder Bremen? Ja gut, die waren jetzt die letzten... Aber ich will mich da jetzt auch nicht als Fußball verpflichten. Okay. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Eine Antwort bitte? Soll ich Schalke nehmen oder... Ich hab keine Ahnung. Ich würde Dortmund nehmen. Okay, nehmen wir Dortmund. Wir nehmen Dortmund. Wir nehmen Dortmund, bitte. Borussia Mönchengladbach wär's gewesen. Ja! Zweite Leben weg. Und wir sind gleich am Ziel. Eine Frage haben wir noch. Oh nein! Und wenn er die verkackt, dann ist alles weg. Oh nein! Mit was beschäftigt sich die Mykologie? Oh Gott. Die Mykologie. Vielleicht mit Keimen? Hier ist die Universität. Oh mein Gott, die Mykologie. Scheiße, ich weiß nicht. Ich hab 900 Euro. Ja, ich weiß es nicht. Überhaupt mit Bakterien. Mit Bakterienforschung. Ah, so knapp. Nein! Mit Pilzen beschäftigt sich die Mykologie. Oh nein! Und dann steht manchmal, wenn man hier so Fußpilzpräparate, Schwimmbad antimykotisch gegen Pilzbefall. Shit. Das tut mir sehr leid. 900 Euro. Ja. Zerronnen. Zerwundet. Hier ist die Uni. Könnt ihr direkt in die Bibliothek gehen. Und mal Mykologie, Mykologie, Mykologie lernen. Nein! Alles klar. Tschüss. Tschau.